So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Heute war der Community Day Classic mit Tarnel. Warum jetzt mitten im Hochsommer, weiß ich nicht. Stahl, Hitze, Verbrennen, Aua, aber eigentlich passt Tarnel ja eher so in die Wintermonate, weil Stahl bei Schnee geboostet ist, weil Schneewetter, wenn es schneit, sonst was. Das wäre richtig cool gewesen, aber irgendwie machen sie es jetzt hin. Dann hat es heute auch noch geregnet den ganzen Tag, aber nicht den ganzen Tag. Ich war beim Englischen Garten, wir haben gelivestreamt, ich habe gelivestreamt von 14 bis 15 Uhr wieder. Den Stream könnt ihr euch auf YouTube noch angucken, nachträglich. Kurz vor zwei bin ich angekommen, da hat es geregnet. Pünktlich zum Start des Sea Days war kein Regen mehr da. Es war ein bisschen bewölkt, es war ein bisschen schwül, aber irgendwie war es auch angenehm. Es ging auf ein kleiner, sanfter, leichter Wind. Es war eigentlich das perfekte Wetter für ein Sea Day zum Spielen. Pupsi hat Mittagsschlaf gemacht mit Jonas, mit dem Kinderwagen und wegen Regen alles. Das wäre eh zu kompliziert und blöd geworden. Da bin ich diesmal alleine gegangen, deswegen ist die Challenge mit, wer fängt das erste Shiny, wer fängt die meisten Shinies und wer kriegt das letzte Shiny, ist eh weggefallen. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich habe die Stunde, bin durchgelaufen, hin und her, habe alles mögliche gemacht. Am Ende für Punkt 15 Uhr haben wir sogar noch einen Raid zusammen im Livestream gemacht, weil da ein Voltoloss war. Hätte natürlich ein coolerer Raid Boss sein können, aber momentan ist ja Voltoloss da. Ich möchte mich erstmal bedanken beim 27 Alex1992. Der hat mir nämlich das Sea Day Ticket für den Sea Day geschenkt. Ich habe die Aufgaben im Stream auch so weitestgehend abgeschlossen. Habe die letzte Seite mir jetzt hier aufgehoben. 4 von 4 möchte die jetzt hier abholen. Da sind nochmal Hyperbälle drin, hier sind silberne Sananabeeren drin. Hier ist ein Tane mit 401, okay. Ich glaube der Hunderterwert müsste irgendwas um 418 sein. Wir haben irgendwas drunter gehabt kurz. Das hat schon drei Sterne gehabt, war fast voll. Also 418 habe ich gehört, habe ich gelesen, ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Das ist 401, hat aber auch schon drei Sterne. Da müsste ja hier als letztes jetzt eigentlich direkt ein Metagross drin sein. Drei Sonderbonbons und nochmal 5500 Erfahrungspunkte. Hier ist Metagross, okay. Das versuchen wir jetzt auch mal mit einer silbernen Sananabeere zu fangen. Sieht man ja auch selten, so ein Metagross im Fangbildschirm. Da hat das Flunkkiefer den Ball geköpft. Das ist cool. Warum silberne? Man könnte ja eine gelbe nehmen, dann kriegt man mehr Bonbons. Die silberne erhöht ja auch die Fangchance. Aber die silberne gibt ja trotzdem mehr Bonbons als die gelbe. Und auch wenn das Ding nicht fliehen kann, nimmt man das Maximum an Bonbons immer mit bei solchen Teilen. Das ist auch ein recht gutes. Drei Sterne hier müsste ein 96er sein. Ein 93er meine ich. Es fehlen nämlich drei Punkte. 100, 98, 96, 93. Also es ist ein 93er, weil drei Punkte fehlen. Mit Sternenhieb direkt 1611. Das ist cool. Hier habe ich glaube ich noch aus einer normalen Quest, müsste da auch noch eins drin sein. 408. Das holen wir uns auch ab. Das Handy spackt rum. Ich bin diesmal ohne Powerbank auch losgezogen. Von 14 bis 15 Uhr. Ich hatte 100% und bin mit 58% nach Hause gekommen. Das hat auch gepasst. Die eine Stunde. Trotz Livestream, trotz Bluetooth, trotz Go++, trotz allem was an war, hat das funktioniert. Jetzt muss ich hier nicht weiter rein. Ich möchte kurz mal schauen. Haben wir heute ein 100%iges dabei gehabt? Wir geben mal vier Sternchen ein und sehen. Das letzte ist ein Lugia, was ich erlöst habe. Heute gab es also kein 100%iges. Hier ist aber ein Tane in 100%. Das möchte ich jetzt, glaube ich, mal durchentwickeln, dass das die Attacke Sternenhieb hat. Den normalen Bonbons habe ich sowieso genug. Ich glaube, ich habe aber sogar noch ein anderes. Dann müssen wir uns die Shinies noch angucken. Dann müssen wir auf die XXL-Tadel noch drauf gucken. Dann möchte ich natürlich alles, was hier rumsitzt, auch abholen und gucken, was damit ist. So, wir entwickeln das jetzt also einmal durch. Metagross ist ja ein Pokémon, was auch nochmal eine Mega-Entwicklung bekommt. Wenn die hier also eingeführt wird, wird es richtig fett. Da möchte man eins auf Level 50. Da möchte man eins mit guten Werten. Ich will ja eigentlich mir Krypto-Armeen aufbauen, aber Kryptos haben keine Mega-Entwicklung. Also müsste ich das ja eigentlich nehmen und eine Mega-Entwicklung jetzt machen. Ich glaube, das werde ich jetzt auch einfach mal pushen. Ach, bin ich bescheuert. Ich habe gar keinen Sternenstaub. 400.000 Staub brauche ich, um das auf Level 50 zu ziehen. Dann kommt es auf 4.286. Aber ich habe gar keinen Sternenstaub. Ich habe nur 81.000. Ja, man merkt halt, wenn man weniger spielt, dass man halt nicht mehr so viel hat und macht und kann. Ähm, 4 Sterne und Tarnel. 4 Sterne und Tarnel. Einfach mal, damit das die Attacke hat, entwickle ich das zweite 100er Tarnel, was ich da habe, auch noch. Die sind übrigens beide aus Gera. Aber ob man jetzt, eigentlich muss man ja nicht beide hochziehen. Das ist ja auch wieder sinnlos. Wenn du eins nimmst für eine Mega-Entwicklung, das reicht. Und für eine sechste Armee bräuchtest du eigentlich 5 Kryptos und ein Mega. Dann hast du eine sechste Armee. So ist im Prinzip mein Plan, den ich gerade verfolge, was ich machen möchte. Ich habe zwei Kryptometern auch gehabt. Da habe ich auch Frustration weggemacht. Die habe ich auch, glaube ich, durchentwickelt zu Metagross im Stream. Die kann ich euch, glaube ich, zeigen. Wenn ich jetzt mal Krypto eingebe. Krypto und Tarnel. Aber Entwicklungsreihe. Habe ich hier zwei Krypto Metagross, die beide jetzt auch Sternheap haben. Und die habe ich mir nämlich aufgehoben. Der ist von Oktober 23. Das passt. Die kann ich aber auch nicht hochziehen. Weil ich ja keinen Sternenstaub habe. Aber die haben auch relativ schlechte EV. Wenn man mal so guckt. Der hat drei Sterne. Der hat zwei Sterne. Da fehlt an sich etliches. Normal würde man sowas nicht pushen. Aber Kryptos sind ja eh besser als normal. Also zwei Kryptos habe ich. Mit Sternheap zwei. Okay, Hunderler habe ich jetzt. Und wenn ich generell mal auf Metagross gehe, habe ich auch durch die Community eigentlich recht gute bekommen. Auch auf Level 40 oder so schon, glaube ich. Nehmen wir das. Hier, guckt euch die mal an. Ja, das ist auch nicht Level 40. Aber das ist zum Beispiel ein 98er. Also muss man denn ein 100er pushen, wenn man ein 98er hat? Was Lucky ist, könnte man ja auch zur Megaentwicklung machen. Und es hat schon ein höheres Level. Das hier ist auch Lucky. Ihr seht, eigentlich ist bei den Luckys hier das relativ gut. Hier hat es auch 15 Angriff. 3.700. Hier, das ist nochmal ein XL. Das ist auch hier mit. Das ist ein 96er. Okay, hier hast du nochmal ein 96er, aber andersrum. Das ist auch das Beste, was ich auf der Hand habe. Also eigentlich hast du schon eine 6er Armee, eine 6er Armee an Luckys. Wie passt sich das zusammen? Das ist auf jeden Fall alles sehr kompliziert. Man kann sich 6 Luckys machen, man könnte sich 6 Hunderter machen, man könnte sich 6 Kryptos machen. Du kannst alles querbeet machen. Aber egal. Ich werde schon irgendwann draus schlau. Ich habe insgesamt hier 9 Tane jetzt bekommen. Im Stream, als ich vorhin geguckt habe, waren es glaube ich 3 Stück. Am Anfang mal. Danach habe ich gar nicht mehr danach geguckt. Das meiste habe ich eh mit dem Go++ fangen lassen. 1, das war das 84er, habe ich angetippt, habe gesehen Shiny, bin im Effekt aber oben auf Flucht gegangen. Habe gedacht, oh warte mal, es war ein Shiny. Wollte es nochmal andrücken, dann hat das Go++ sich das schon geschnappt. Hat es aber nicht fliehen lassen. Also vielleicht waren es noch mehr Shinies, vielleicht sind ein paar geflohen. Aber das Go++ hat jetzt diese 9 Stück mitgenommen. Die können wir auch kurz mal bewerten, dass wir sehen, wie hier die IVs sind. Denn das hat 0 Sterne, 0 Sterne, 1 Stern, 1 Stern, 2 Sterne, 0 Sterne, 1 Stern, 0 Sterne, 2. Und 15 andere. Also das ist wahrscheinlich das Beste. Nimmt man das Höchste einfach noch mit. Obwohl, eigentlich ist mir das Shiny auch wieder egal. Aber komm, wir entwickeln trotzdem nochmal eins als Shiny durch, wenn dann nämlich die Mega-Entwicklung kommt. Dass wir eine Mega-Entwicklung mal als Shiny haben mit der Stern-Heap-Attacke und ein normales, aber mit gutem IV. Das Shiny ist das, was man sieht. Theoretisch kann man es dann auch jederzeit wegmachen. Vielleicht hätte ich auch alle Shinies durchentwickeln sollen, damit man ein Metacross-Shiny mit Stern-Heap hat. Damit im Lucky-Trade man das auch mal weggeben kann. Aber was soll ich denn so an die anderen denken? Ich muss eigentlich an mich denken. Deswegen entwickeln wir das jetzt noch kurz. Dann gucken wir noch auf XXL, ob da was dabei war. Oder XXS. Und dann fangen wir noch alles weg, was da gesessen hat. Also heute kein, wer hat die meisten. Wer hat das Erste, wer hat das Letzte. Das fällt heute weg. Ich habe auf jeden Fall 9. XXS sind zwei dabei, die richtig klein sind. Okay, die können wir ja auch mal kurz bewerten. Aber auch hier 0 Stern und 1 Stern. Und wenn ich jetzt XXL, da ist nichts dabei. Kein XXL-Tane. Jetzt möchte ich hier das noch wegfangen. Das ist wichtig, denn vielleicht kriegen wir ein 10. Shiny hier. Was ich dann als Thumbnail machen kann. Ich muss nur jetzt mal kurz hier alles eintüten, was da sitzt. So, hier drüben, da kommt man schlecht ran. Alles, was so in der Mitte ist, das bleibt ja eh sitzen. Das, was am Rand ist, das drücken wir kurz an. Es gab so viele Ausbeute-Videos, die ich dann zu Hause aufgenommen habe in Ruhe. Wo ich auch die ganze Traube, die da gesessen hat, weggefangen habe. Hier schlüpft noch ein Subiris für zwischendurch. Okay, was hat das so? Nichts, ist schlecht. Mach mal einen Fünfer wieder rein. Achso, heute ist ja die Brutdistanz. Die Brutdistanz ist, glaube ich, gefördelt. Das hat mich auch nicht interessiert. Man hat Thane einfach gespielt, weil es Thane ist. Und nicht wegen irgendeinem Bonus, der einen rausgelockt hat. Da ist es. Da ist das Some Shiny. Es ist wieder eins dabei. Ein Shiny, was man mit Shiny-Glanz im Thumbnail zeigen kann. Und das klappt gefühlt fast immer. Von 20 C-Days, die ich zu Hause dann die Ausbeute aufgenommen habe, war einmal einer dabei, wo es kein Shiny gab. Einmal habe ich das Go Plus aus Versehen angelassen, als ich heimgekommen bin. Da hat das natürlich alles weggefangen. Da saß hier nichts. Das war blöd. Aber ansonsten sitzt ja hier immer eine ganze Traube rum, die man dann wegfangen kann. Ich glaube, das eine Mal waren sogar zwei Stück da. Das war auch cool. Ich habe auch eine Mega-Entwicklung angehabt heute. Ich habe am Anfang im Stream nochmal kurz geschaut, was kann man so alles anmachen. Und zwischen dem ganzen Bamflee, der funktionieren würde, habe ich dann einfach ein Lamus angemacht, um den Typ Psycho zu boosten. Da ist noch eins. Also doch zwei Stück. Zwei Stück noch mitgenommen für zu Hause. Jetzt habe ich gerade überlegt, Latias, Latios konnte man auch machen, aber die Dinger sind doch Drache. Aber natürlich sind die nicht nur Drache, die sind auch Typ Drache und Psycho. Also hätten die auch den Psycho-Typ geboostet, weil Drache bringt dir nichts. Aber der Psycho-Typ hätte es dann rausgerissen. Boah, mein Arm wird schon müde. Da sehe ich noch ein Mega-Kangama-Rate. Jetzt habe ich ein riesiges. Oh yeah. Es ist zwar gerade Showcase mit Lin-Fu bis heute Abend, aber Monach-Dienstag ist doch auch Showcase. Da könnten sie doch dann Tarnel reinmachen. Weil es wäre schade, wenn hier Tarnel-Zi-Day ist und es kein Tarnel-Showcase gibt. Aber vielleicht sagen sie auch, hey, es ist doch aber die WM. Wir haben jetzt die ersten zwei Tage, haben wir Lin-Fu im Showcase gehabt. Und die letzten zwei Tage machen wir dann Pikachu im Showcase, weil das war das WM-Pokémon schlechthin. Also ich würde Tarnel feiern. Jetzt schließlich habe ich ja jetzt ein riesiges hier. Und dann habe ich noch zwei kleine XXS und zwei Shinies hier gefangen am Ende. Mega-Kangama wollte ich gerade noch sagen. Es war einer im Stream, ein Ami, der hat auch am Ende gefragt, ob ich zu Mega-Kangama einladen kann. Da war kein Mega-Kangama da. Jetzt ist ein Mega-Kangama da, aber es ist kein Ami da. Und deswegen würde ich sagen, das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich drücke jetzt nochmal drauf, ob bei denen hier jetzt noch was Gutes dabei war. Das kann ja immer mal sein. Ne, da zeigt es mir nicht an. Und wie sehen die zwei Shinies jetzt aus? Das Zwölfer ist auch nur ein Stern. Und das ist Null Sterne. Das war es also von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und schau. Wie war euer Tarnel-Zi-Day? Habt ihr gespielt? Wo habt ihr gespielt? Mit wem habt ihr gespielt? Wie lang habt ihr gespielt? Drei Stunden? Eine Stunde? Zwei Stunden? Bei mir traditionell jetzt nur noch eine Stunde. Und dann Ausbeute angucken. Das reicht mir mit Stream. Unterwegs. Und dann zu Hause kurz Ausbeute. Und ciao.